Diese Weihnachten stürzen wir uns mit den kleinsten Wesen in die riesigsten Abenteuer. Manche haben kolossale Pläne, winzige Gehirne, aber die größten Herzen. Und deshalb mögen wir sie umso mehr, egal ob groß oder klein. Wir alle lieben eine herzerwärmende Geschichte. Mach's dir gemütlich mit den schönsten Animationen für die ganze Familie. Das ist das allerbeste Weihnachtsgeschenk überhaupt. Meisterhaft animiert, jetzt in ihrer A1-Vidiothek.